Hallo und herzlich willkommen bei Vodafone. Zu Ihrer Rufnummer haben wir einen Mobilfunkvertrag und einen Kabelvertrag gefunden. Geht's um diese Verträge? Ich möchte mit einem Menschen sprechen. Das habe ich noch nicht verstanden. Halt dein dummes Maul. Okay. Nennen Sie mir bitte zuerst die Rufnummer, um die es bei Ihrem Anruf steht. Ich möchte mit einem Menschen sprechen. Bitte nochmal. Mit einem Menschen. Halt's Maul. Um Menschen geht's. Ich möchte mit Menschen reden. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Schnauze. 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 Ich möchte mit einem Menschen sprechen. Ich möchte mit einem Menschen sprechen. Vielen Dank für den Ruf an Vodafone Kundenservice und auf Wiederhören.